Musik Ich bin daheim, daheim, daheim ist da, was g'feu'n ist. Daheim, daheim, daheim. Das ist unsere Heimat. Die Lebensart der Menschen, die Isar als Lebensader, das Hügelland, die Städte, Märkte und Gemeinden. Und man sieht tagtäglich neue schöne Orte, man erlebt tolle Dinge und das macht unsere Heimat aus. Ich bin Niederbayerin durch und durch und es befällt mich immer ein leichtes Krippeln, wenn ich hierher fahre, weil sofort kommen die ganzen Erinnerungen raus. Musik Den Landkreis Dingolf in Glaner würde ich eigentlich beschreiben als fürsorglich, gemeinschaftlich und einzigartig, ja. Es ist eine starke Gemeinschaft und es ist schön, wenn man sich einander hilft und aufeinander bauen kann. Musik Wir sind herzlich, wir halten auch zusammen. Das ist einfach unkompliziert, finde ich. Und das ist lebenswert für uns. Musik Die Vereine und Traditionen, die werden bei uns im Dorf ganz groß geschrieben. Und wenn ihr einfach was rührt, das gefällt auch nicht. Das sind hier meine Wurzeln, das ist hier meine Heimat, das sind hier die Menschen, die diesen Landkreis gestalten. Das ist einfach für mich das Paradies. Dingolfinglander ist ein Herz von Niederbayern. Es ist einfach meine zweite Heimat geworden. Musik Ich bin daheim, daheim in Bayern. Ich werde mein Leben und mein Heimat feiern. Überfeiern. Ich kämpf von Ding und Fingland auf. Eins, was ich please. Wir halten alle zusammen, weil es unser Heimat ist. Ich bin daheim, daheim, daheim. Daheim, daheim, daheim. Ich bin daheim, daheim, daheim. Daheim, daheim, daheim. Ich bin daheim. Untertitelung des ZDF, 2020